Lass uns das nicht weggeben, wir können auch einen Timeout nehmen. Wirklich. Was soll ich zum Timeout bringen? Damit wir es besser besprechen können. Breidenberg versteht das Spiel nicht. Das würde jetzt auch nichts bringen. Es sind einfach individuelle Fehler. Einer muss sich da einfach halten. Was soll ich da sagen? Ich defuse ihn nicht und einer von euch muss defuse und ich halte euch. Das ist glaube ich der einzige Fehler, den ich nicht machen darf. Das meinte ich eben. Breidenberg muss halt defusen, das ist das Ding. Du hast schon dreimal defusen und bist gestorben. Lass dich auf mich, Alter. Ja, aber ich habe eine Frage, dass ihr das halten könnt. Einfach fokussiert, next round. Ihr macht Drohnen links. Ok, ist ne Kamera auf jeden Fall. Ich brauche ein Revier hier hinten bitte. Hier. Kommt. Wo ist die Wall, Bro? Hier sind Trips ganz oft. Wo ist die Wall? Abo die Wall. Wall hoch. Der ist irgendwo close. Der ist in den Caged schon. 100% und. Der ist 100% nicht in Caged schon. Und oben. Schön getrailt. Und jetzt wollen wir planten. Er ist in der Ecke. Links in der Ecke von dir. Breidenberg direkt links von dir. Sehr stark. Plente, Plente. Plente. Weg von der Wand gucken. Weg von der Wand gucken beim Planten. Weg von der Wand gucken. Wird hochgewallt. Hab ich nur noch planten? Doch, er kann doch nochmal planten. Mach einfach die Wall-Aktapods. Weg von der Wall gucken. Danke. Ok, jetzt spiel einfach Zeit. Du hast noch ein Reveal. Weitere Zeit. Same, wir dürfen nicht sterben. Peek nicht. Der ist unten. Der ist unten. Ihr dürft alle nicht pieken. Nicht pieken, nicht pieken. Links. Tschüss. Das ist noch eine Flash. Musst du nicht spielen. Jungs, was macht ihr denn? Er kann doch da defusen, Bro. Nein, du siehst doch den Spike. Tschüss. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Slash. Guys, noch eine Flash. Der hat nicht gehyped, Bro. Der hat nicht mehr 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 gehyped, Bro. Du hast das gesehen. Die Bomben war broken. Er saß hinter der Wall. Er hat aber die Wall-Aktapods schießen sollen. Das war mein Fehler. Er saß hinter der Wall hat und defused. Aber das ist mein Bad, dass ich dann mit lowlife an die Kiste laufe. Ihr MVP gehört mir. Hauen wir rein, Leute. Es wird gefühlt immer B. Ja, ich werde dir auf B helfen, Bro. Ja, ja. Lass mich und Zane B spielen. Lass mich und Zane. Du bleibst Mitte. Obwohl, warte mal. Die kann man nicht allein lassen. Die kann man nicht allein lassen. Soll ich Mitte? Lass mich mit. Ja, mach du Mitte. Mach du Mitte. Ja, ja, ja. Nein, es ist nicht bis 13. Es ist einfach, wer zuerst Dings... Wer Overtime gewinnt, he? Da oben bringt nichts. Da oben bringt nichts. Da bringst du keine Info. Nichts, okay. Warte noch. Ah, machst du schon. Peek nicht so, dass du sterben kannst. Peek immer so, dass du irgendwo rausholst. Sage Mitte. Okay, alles easy. Seht clean aus. Die können durch theoretisch. Rönt die Mitte durch? Pitchen, ja. Wie das? Weil er das nicht guckt? Doch, doch. Ich hab... Also ich glaube, in der Zeit ist jetzt keiner durchgegangen. Meiner vor A. A, A, A. A full. Zwei Leute A. Wann? Das wird A, Jungs. Chill, 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 chill. Pass auf, links nicht peeken. Mehrere Gegner bei A. Nice. Ich schiebe, ich schiebe. Ja. Ich kann revealen. Du kannst jetzt deine Wall hochmachen. Machen wir deine Wall hoch. 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 Können rotieren. Ja. Du hast Mittelort. Noch einer. Das wird links. Das wird links. Er nimmt Orb. Wenn er plantet, kann er resen. Er ist durch. Er ist hintergeworfen. Er ist vorne. Habe ihn. Sehr stark. Das ist Hamid Loco. Jungs die Runde ist gewonnen. Let's go. Aber viel zu schwer, Jungs. My bad. Ich kann noch besser spielen, Chef. Ich kann noch besser spielen. Sehr gut, Jungs. Sehr gut gemacht. Junge, Junge, Junge. Richtig. Digga. Diese Repeaks haben wir. Einen gespielt. Der hatte wirklich harte Prozente. Die haben wir uns so schwer angestellt. Aber sehr stark, Sane. Sehr stark. Es ist halt schwer auch immer vorzugehen. Ich meine, ich habe es jetzt ganz gut gemacht am Ende. Also eine Sache werde ich machen. Ich werde wollen für uns. Aber ich werde die Bombe nicht spielen. Du darfst nicht gefusen. Das meinte ich vorhin mit. Das darfst du nicht machen, Ro. Ja, ich dachte einfach, das geht klar. Nein, 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 nein. Da liegt kein Orb und so. Das ist zu schnell auf die Schnelle da. Kacke, Digga. Klass, Alter. Boah. Das war harter Tobak, Junge. Egal. Ich hätte auch ein paar Sachen besser machen müssen. Ja, ich packe die Bombe nicht mehr an. Macht keinen Sinn. Aber ey, Jungs. Boah, du geiles Sau. Auch 33, by the way. Jusuf hat da ein paar richtig geile Shots rausgehauen. Schön aufgewacht. Sehr stark. Und eine Sache. Sehr, sehr schön, Jungs. Hat Willi gewonnen? Hat Willi gewonnen? Jett? Boah. Boah, ich hoffe, Willi hat verloren, Digga. Ne, verloren. Oh, ne. Oh, ne. Digga, aber ich muss mal kurz Props an die Jungs gegen. Steve war auch mit der... Bruder, aber der wurde nicht mal als Schwitzer eingestellt. Du hast geisteskrank gespielt, Junge. Was ist grad los mit dir? Och Matze, Bro. Och Matze. Alle, alle, alle. Wir haben alle gut gespielt. Doch, alle, alle. War sehr, sehr gut. Ich hab mich auch wieder in den Griff bekommen. Ja, du warst am Anfang, du warst ein bisschen nervös. Kannst du sein? Ich war null nervös, aber ich hab nur Shots von hinten bekommen. Also ich hab die ganzen... Ja, ja. Ja, aber das ist auch Valo. Manchmal kannst du nichts machen, Bro. Manchmal kannst du nichts machen. Manchmal kannst du nichts machen. Das ist das. Wer ist in meiner Gruppe? Boah. Ja, aber die haben wirklich mit einem mit Löffel gespielt, ne? Also... Willi 3, 13 gegangen. 3, 13 hatte Willi? Hat er Viper gespielt? Ja, ich hab die Gruppenkonzentration nicht gehabt. Wir sehen uns im Finale. 3, 13 ist ja brutal schlecht, Digga. Wie viele Kälte hatte Favo? Also ich als Zuschauer scheinbar. Ey, aber man muss ehrlich gestehen, ähm, Musti ist ja geisteskrank. Musti ist richtig gut, Digga. Brutal gut. Musti ist sehr, sehr gut. Hätte ich niemals erwartet. Die haben alle... Bro, das Ding ist, schießen können alle. Was Matze mir manchmal für Shots gegeben hat. Matze ist auch nicht so gut. Die schießen alle. Die haben aber auch richtig kacke zusammengespielt, muss man sagen. Ja, ne? Ja. Merkt euch bitte. Abutanka, Breitenberg. Ja. Ihr dürft nicht nur auf der Frobel Drohnen käufeln. Ihr müsst ein bisschen mitspielen dann. Nicht einfach vorrennen. Okay. Ich habe halt den Fokus gehabt, die ganze Zeit nur auf Chef zu hören und vielleicht ist das auch mein Problem gewesen. Die ganze Zeit. Deswegen. Ja, hallo? Ah. Achso. Musst du stark sein, auf jeden Fall. Aber ich finde, sie haben gut gemacht. Sehr, sehr gut. Overall gut gemacht. Ja. Wie ist das mit der Minute? Wird das dann einmal mittendrin gestoppt, oder? Ich kann euch so eine Runde nicht wieder anbieten, ne? Also ehrlich, das war... Das war... Bro, mach mich bitte lauter. Ich habe dich auf full load. Ich habe dich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich habe es auch nicht wahrgenommen. Ich weiß selber nicht, wie. Ich habe auch nicht gehört. Ich kann den Robel einfach leiser machen, weil ich höre nur ihn. Ne? Ja, dann mache ich einen Tick leiser, aber ich habe das auch nicht gehört. Ja, aber Chef hat es ja gehört, also es ist ja durchgegangen. Wer hat jetzt gewonnen? Buchers Team hat gewonnen. Wir. Und Lucid. Okay. Ne. Doch. Ne. Doch. Harmi ist, glaube ich, ein gutes Team, Digga. Die haben 13-4 gewonnen. Ich denke immer, Bruder, was denken die sich, wenn ich irgendwas sage? Trott, wir haben gegen Micky Medi gewonnen. Oh, in Kuba. Digga, die... Medi hat schon mit dem Geld gerechnet, was der denn macht, ne? Auf so einem Loch. Ihr habt verloren, ne? Wie viel? Soll ich sagen, bitte guck mal Medi sein Insta-Story, was sie geschrieben haben und so. Bitte. Wie viel habt ihr verloren? Hallo? 3 zu 14 haben die verloren. 3 zu... Nein. 13... Was? Was? Sagen wir so, um einfach dieses Gespräch zu unterbrechen. Wenn es einen Hurensohn in der Runde gab, war ich der. Bruder, Leute sagen, Gigant kann nicht zielen, der hatte auf einmal 9 Kills. Bruder, Bruder. Alter. Ja. Alter, das ist... Ja, okay. Äh, Bar oder Cash? Halt deine Fresse. Bar oder Cash? Was spielt denn jetzt, Digga? Okay. Sonst hol noch mal deine Kondome in den Stream. Zeig noch mal, Bruder. Womit du dich in den Puls hast. Willi, du hast aber Top 3 Pros in deinem Team, ne? Weißt du das? Ja, er ist nicht mehr da. Was geht, Bruder? Hau rein noch mit. Wieso hau rein, Bruder? Lass doch ein bisschen reden, Digga. Wie aufreden wir bitte? Ja, okay, stimmt. Wie geht's? Ich hab ne gute Runde gehabt, Bruder. 33 Kids. 33 Kids, Bruder. Maschallah, ja. Ich würd dir gönnen. Ja. Was würdest du mit dem Geld machen? Sei mir ehrlich. Bruder, auf jeden Fall die Kondome kaufen, die mir Willi in die Cam gezeigt hat. Und das Ding ist halt, ich hab noch ne 5000 Euro Werte gegen Willi, ne? Ja. Äh, Digga, warte mal. 7,5 durch 5. Wie viel ist das? Ungefähr so 1,6, oder? Wie viel... Machst du das pro Stunde oder pro Minute? Ich rechne mal. Rechner. 1... 1... Ich glaub 1,5 Periode. Äh, 1,6 Periode. Durch... 5? Ne, 1,5. Hä? Äh, was zeichnest du denn? 1,5. Ja. Ja? 1,5? Ja. Und wenn du so, keine Ahnung, 150k im Monat machst, dann sind das... Bro, halt's Maul, man. So viel Cash mach ich nicht. Ey, ich muss zu meinem Team, Bro. Dieses ekelige Lächeln. Ich muss... Dieses ekelige Lächeln. Ich muss... Ich muss... Ich muss nachher sprechen. Ey, Jungs! Stark gemacht! Realtalk stark gemacht! Overall waren wir gut, ne? Ja, ja. Sehr gut. Das war auch ne harte Runde. Die waren wie Pufis. Ihr habt so 12 Minuten Zeit. 19,35... Okay, die Runde war schon sehr wichtig, Jungs. Bitte dem Pro sagen, wie... Jetzt spielen wir gegen Reapers und so, ne? Okay, ich geh raus. Wo ist denn Elie Jello? Hallo? Ey, sind wir schon mal alle in eine... Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. 13,11. Hallo? Ich hab Call und Flip gewonnen. Hallo? 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 Lucid macht 29. Äh... Welche Map? Kommt noch. Ja. Boah, sehr stark. Sehr stark, sehr stark. GG an Reapers. Reapers spielt mit wem? War jetzt sehr, sehr gut sogar. Digga, der Phoenix war so der wichtige Call, ne? Ja. Ja. Der Phoenix war wirklich sehr, sehr wichtig. Ist Phoenix dein bester Charakter, Roak? So... Ja. Woher seid ihr denn? Ich wollte euch einladen. Breitenberg. Ich hätte euch eingeladen, Breitenberg. Lass mal die anderen ein. Warten auf Map. Hm... Dichter von uns hat einfach das funktioniert, was wir gemacht haben. Ich kann so lange Training machen, oder? Ja, ja, ganz. Lass mal noch mal ein. Der Stuhl geht auf hier bei mir. Mein Stuhl ist los. Lass mal noch mal ein, bitte. Lass mal bitte. Mach genau so weiter, Digga. Alles perfekt. Jetzt haben sich richtig viele aufgeregt, ne? Mit Fabo. Ja, geil. Willi meinte grad... Ey, Chef, kannst du noch mal einladen? Ich bin Gold 2. Ich bin noch... Ich habe... Warte doch, Breitenberg. Ich war doch grad auf dem Desktop. Guck mal meine Matches zu Jahn, Edi. Guck mal meine Matches zu Jahn, Edi. Komm mal, bist du hier? Geh auf die 416 Runde oben. Geh auf sie rauf. Geh auf sie rauf. Geh auf sie rauf. Geh auf die 416 Runde. Geh rauf. Zeig mir den Namen. 316 Runde haben die verloren. Seht ihr die? Wer? Fabo, äh, Willi. Alter. Ey. Wie so ein bisschen hier Phoebe oder... Oder du mal flinken. Wir spielen gegen Sid. Wir spielen gegen Lucid. Nein, Bruder. Sid, ey. Es ist Sid gegen Willi. Es ist Erkan gegen Stefan. Ja. Es ist Kian gegen Lucid. Die sind mir ein bisschen zu gut gelaunt, ja. Egal. Bruder. Sid würde die auch in den A schicken. Es gibt hier Rollen, die jeder einhalten muss, sozusagen. Wo ist denn hier das Team gewesen? Ich mocke 1315 auch nicht schlecht. Und der 716... Guck dir Willi an. Guck dir Willi an. Ja, Willi. Ja, Willi ist super. Muss man sagen, Bruder. Der hat mir vorhin im Stream zwei Kondome gezeigt. Der eine war für den einen. Er hat sie in die Cam gezeigt. Er meinte, der eine ist für Rohat gewesen. Und der andere ist irgendwie für die anderen im Team oder so. Keine Ahnung. Also, der... Benutzt oder unbenutzt? Ja, ne. Waren tatsächlich unbenutzt. Waren tatsächlich unbenutzt. Also, Willi, da muss ein bisschen noch was kommen, ne. Da muss ein bisschen was kommen. Aber ja. Ich bin so dumm, dass ich als Spiel 1 gegen Willi nicht angelaunt bin. 100 Zapps. Das ist total schlecht. Er war hilflos. Er war hilflos. Er war hilflos. Na gut, Jux. Ich zieh weiter. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Glück. 317, Liga. Geisteskrankheit. Sollen wir direkt in die nächste oder sollten wir noch warten? 19.35 Uhr ist die nächste Spielansetzung. Okay. Stark. Okay. Ich hab noch ein bisschen. Hallo? Hallo. Hallo, Jungs. Was geht ab? Ja. Angespannte Situation. Ist er angespannt? Ein bisschen angespannt gewesen. Mickey Full Mute. Aber wir haben geführt die ganze Zeit. War eigentlich ein Free Win die ganze Zeit für uns. So. Und ähm. Als wir dann auf Defending Side waren. Ja. Ich glaube ich muss mehr reingehen. Es gab die Pros, die haben 30 Kids gemacht. Naja. Aber gerade an dem Match lag das nicht daran. Wir haben auf der Defending Side sehr viele Runden geholt. Ich bin immer reingegangen. Aber es lag. Ja. Ich fand das. Ich fand das. Ich fand das. Ihr habt so. Rein vom Ding hat jeder einfach seinen. Also es war nicht so. Einer war komplett scheiße. Und der andere war richtig krass oder so. Ihr habt als Team alle richtig gut gespielt. Chat. Wir haben aber sehr gut gespielt. Nee. Wir haben einfach zum Schluss nicht rein. Ja. Aber 13-3 ist geisteskrank gelaufen. Mit Lineups von Viper und so. Haben die gut gemacht, ja. Alter. 13-3 ist geisteskrank. Die war echt schlecht, Mann. Die war echt gut. Was ist los, Bura? Was ist? Ja, die war sehr gut. Die hat mich auch gedippt, muss ich sagen. Die hat mich auch gedippt. Warum. Warum spielt Eldos Jett? Ist meine Frage hier. Die ich habe. In die Runde. Robert. Willst du beantworten? Weil Eldos ist ein sehr, sehr guter, aggressiver Spieler. der reingeht, Raum schafft und einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich holen. Warum geht Medi nicht auf Jett? Warum geht Medi nicht auf Jett? Hab ich auch gesagt. Medi ist keine Jett. 13-4. Das Ding ist halt, wir haben hier Leute dabei. Wir haben Leute dabei, die haben zwei Aids oder so. Ja, aber Eldos auf Jett ist doch so. Er kann doch irgendwas. Was soll er sonst spielen? Ey, Willi. Brauchst du Paypal? Halt deine Fresse. Ey, move mich sofort zurück, Digga. Oder ich setze mich in dein Auto und fahre mit meinem Auto voll. in deine Tür rein. Bro. Ich schreib dir Whatsapp, ja? Paypal. Ja. Aber ich würde auch Cash nehmen, Bro. Ich würde auch ein Bitcoin nehmen. Sag du. Easy, easy, easy. Digga, ich schwör's dir. Ich benutze bald für dich kein Gleit, gell. Okay, easy. Deine Kondome waren richtig crazy, die du gezeigt hast. Ja, wirklich. Ernst. Ich hab... Ich hab... Oh mein Gott, es wird Geld gemacht! Yes. Es wird Geld gemacht! Geld gemacht! Es wird Geld gemacht! Es wird Geld gemacht! Es wird Geld gemacht! Ihr versteht das nicht, Chat! Ihr versteht das nicht! Was about alles? ... ... ... ... ... Ich sammle die Beine, so brauche ich den Brett. Ich doppelte die Beine. Rainer wäre so OP gewesen auf Fritza. Wie oft ich einfach von irgendwas gehittet werde durch Smoke und Lowlife bin. Fünfkern, Jogen! Miros. Die Beine ist das Abdeck. Ich danke Schleuch. Abdeckte die Beine! Abdeckte die Beine! Jaaaaah! Ja, ja! Jee ihr, jee ihr, jee ihr. Boah, Jungs, 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 Jungs. Wir haben da wirklich gut gespielt, aber ich sag ehrlich, wir haben sehr, sehr viele Runden geschmissen. Wir haben zu viele Runden geschmissen. Ich sag dir ehrlich, Bro, da war ein bisschen zu viel Breitenberg. Wenn du denkst, denk einfach nicht, okay? Also ab dem Moment, wo du anfängst zu denken und denken, das ist eine gute Idee, denk nicht mehr weiter. Weil manchmal hast du, ich kenn dich doch, Breitenberg, ich kenn dich doch. Du hast manchmal im Kopf, du hast was, du denkst, ey, das ist überkrass, aber das ist scheiße. Vertraue mir, das ist scheiße. Als du da reingerushed bist, hinter mir einfach durchgerannt bist in den Spawn von denen, ich hatte die Ulti, dann rennt man mir nicht hinterher. Weißt du, ich mein, ja, ja, aber guck mal, wenn dir jemand nicht sagt, dass du das machen sollst, dann mach das nicht. Das heißt, wenn du denkst, irgendwas ist gut, mach das und das, mach es einfach nicht. Mach einfach das, was wir dir sagen. Ja, mach ich doch, Bruder, ich versuche mich dran zu halten. Ich geh bei mir. Gut, 100%, du hast gut gespielt. Du hast 100% gut gespielt. Spielen die anderen gerade noch oder wird es gerade fertig gemacht? Keine Ahnung. Wie viel hat Jipers gespielt? Gegen das andere Team? Dem gewonnen, dem gewonnen. Ne, dem verloren, 11-13. Buche hat gewonnen, Chef Turbel hat gewonnen, Lucid hat gewonnen, Hami hat gewonnen. Aber wir müssen zwei Runden gewinnen, richtig? Also Hami ist mit Reapers und wen? Ne, wir stehen jetzt mit Rax. Rax, Reapers. Den wir gleich. Wir müssen schon mal in die Lobby, seid ihr alle drin? Pause bis 19.35. Ah, jetzt also. Ja, jetzt gehen wir gleich los. Ich bin in der Lobby. Ich muss gleich ausgewählt werden. Haben wir Lukas noch drin? Schmeiß den mal raus. Wir haben 14-12 das erste gewonnen. Ja. Aber ich sage dir, also die ersten Runden lag auch an mir, warum wir so viel abgegeben haben. Wir haben in der Mitte gut performt und dann am Ende wieder nachgelassen. Das war das Ding. Wir haben auch viel Neues ausprobiert. Und ich sage euch ehrlich, Defense war für die sehr, sehr gut, dass die erst Defense ausgewählt haben. Und die Stats auch, ne? Ich habe alles angesprochen. Das war irgendwie viel einfacher, ne? Ich fand euch generell alle nicht. Ich finde, irgendwie finde ich, ja, keine Ahnung. Wenn du Viper hast, wenn ich die finde, ist es einfacher, obwohl wir halt so viel abgegeben haben. Aber wir haben das gut gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch eine Runde gewinnen, richtig? Ich sage es, wie es ist. Wir haben uns einen Arsch gefickt. Am besten weiß ich. Ja, wir haben gegen uns gerade. Heute drei Runden gewinnen. Da sind wir noch eines Lebens gehabt. Okay. Einfach, dann sind wir trotzdem weiter. Aber ich glaube, wenn wir sogar zwei gewinnen, könnten wir sogar auch rauskriegen. Na, war der unbekannte nicht. Ja, das ist halt so, das ist halt, wenn die anderen, wenn die anderen, die, die, ne, wie ist das? Wenn die anderen zum Beispiel drei gewinnen, oder einer der Schaden, keine Ahnung. Ist unwahrscheinlich, aber kann trotzdem passieren. Er hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Wir spielen gleich gegen Reapers. War krass. Ja. Da war auch ein Scherz mit dem Cheat, nicht, dass er sich immer glaubt. Oder wir spielen spielen. Ich sage Fabo hat da an. Aber Jungs, es ist hier nichts verloren. Es ist wichtig, dass ihr das jetzt verstanden habt. Vicky hat schon einen Erdkern angelangt mit Eldos. Eldos, Butterfrag of the Jet. Chef ist da sauer? Ja, ja, ja. Vicky gebrochen. Das wird jetzt gleich ausgelöst. Jetzt gar nicht. Hey, same, Bro. Du hast so einen aufgespielt. Wirklich. Ernst. Ich brauch dich genau so und nochmal besser. Auch, auch. Yusef am Anfang, Bruder, du weißt selber, du warst nervös, dies und das. Du hast gekackt ein bisschen. Hamlet hat mehr Kills. Aber du bist da rein gekommen dann. Ja, ja. Ein Push und dann war das dran. Ich habe auch sehr, sehr gute Colts. Breitenberg, du bist einfach generell scheiße. Digga, was willst du von meinem Leben? Du stirbst als Erste am Unercream. Ich mach Spaß, Digga. Du stirbst als Erste und mach dir Ansagen, Digga. Ich bin nicht so gut, aber ich bin nicht so schlecht wie ein Willi. Ja, das ist true. Sag's nochmal. Walla, Willi ist richtig schlecht. Total schlecht. 3,17. Boah, Bruder. Und er hat gesagt, oh, das hat's alt. Ja, ja, er hat gesagt, oh, das hat's alles, ich hätte machen sollen. Ich schwör's, ich hätte machen sollen. Eli lost. Eli lost. Ja. Ich verstehe immer nicht. Eli lost, Map gleich, ja. Echt? Okay. Micky war fullmute im Game? Nein. Echt? Das ist ein Zeitplan tatsächlich. Ich versuch immer ein bisschen, ich soll ein bisschen runterkommen. Oder? Nee, ist noch nicht gespielt. Noch nicht. Also, es sind noch zwei Spieltage heute, vielleicht sogar nochmal ein zusätzlicher, wenn es Teams gibt, die punktgleich sind. Ich hoffe, das wird zustande kommen, weil dann ist Loser oder Winner halt, einfach beiden. Und morgen ist dann die K.O.-Phase. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch ein. Es ist morgen Halbfinale, Halbfinale und Finale. Alle Spiele werden einzeln gezeigt. Genau. So. Wir gehen jetzt rein. Wir losen die nächste Map aus. Gespielt wird... Ähm, Breeze. Boah, damit Sniper wird reinkranken. Jawohl, was für ein... Wir haben echt alle Webse, die wir geübt haben. Ich habe vorhin gecallt. Ich so, Breeze und Icebox. Okay. Krank, krank. Ey, wir starten Defense, würde ich sagen. Wir starten Defense. Dürfen wir aussuchen? Ja, ja. Ja, ich habe Kopfball und Star gewonnen. Achso, hast du schon gewonnen? Okay. Ja, ich habe gewonnen. Komm mal in die Lobby. Breitenberg ist da. Ich bin da. Äh, es fehlt noch Rohard. Ich bin auch da. Und... Ja, Justif, du fährst auch noch. Du bist in der falschen Lobby. Ah. Leidet die mal ein, bitte. Habt mich eingeladen, ich bin drin. Ich werde wieder auf Phoenix gehen. Ich werde wieder auf Phoenix gehen. Sicher? Auf Dings ist doch der Cypher OP bei mir. Du hast doch geistig halt die One-Way-Cages geübt auf Freeze. Ich glaube, ich gehe nochmal Phoenix. Dann haben wir nichts, was Flank hält oder B hält, ne? Ja, man... Dann können die halt immer auf Side drauflaufen, ne? Du machst halt Free-Kills, wenn die dann auf Side laufen. Du musst dir bewusst sein. Aber der Phoenix ist... Der Phoenix ist... Trust me, der Phoenix ist es gerade auch... Ich fühl's nicht, aber wenn du sagst, du willst es, dann halt dich davon nicht ab. Ich sag, dass es besser ist, dass du den Cypher spielst, so wie es geübt haben. Du hast One-Way-Cages, wir haben auf jeden Fall B. Ich weiß halt nicht, wie du die aufhalten sollst, wenn die auf B alle drauflaufen, ne? Du hast eine Molly und das war's. Macht eigentlich keinen Sinn, dass du... Also Phoenix macht allgemein auf Freeze auch wenig Sinn, weil deine Flashes eh viel zu kurz sind für die große Map. Hey Jungs, wer sind die im Gegner? Die West-Mack-Lemore bei denen? Jungs, kann mich noch einer einladen? Keine Ahnung. Äh... Wie kann ich dich einladen? Press-Kick auf meinen Namen einladen. Ähm... Jetzt? Habt ihr geschickt? Okay. Rex, Reapers, Reapers, Omid und noch eine. Ah, Omid ist Jam, der Jam, glaub ich. Also Reapers ist echt gut. Wir sollen mal rübergehen. Wir sollen mal rübergehen. Äh, wir starten Defense. Ja. Die Rose-Money muss rübergehen, was macht ihr bei uns? Ja. Ist okay, Joe. Ja, ja. Ah... Und dadurch, dass Cybers eigentlich einer der wichtigsten Agents auf der Map-Pro hat, ne? Was, was pickt Dings? Was pickt, äh... Boah, Dings, das Dings, Reapers ist K.O. Main. Der spielt aber eben Phoenix gespielt als Entry-Faker bei denen, Bro. Weil er der Beste ist von denen. Ähm... Und du hast halt auch echt gute Set-Ups, ne? Hallo, geh mal rüber auf, wir wollen Verteidiger spielen. Wollen wir Verteidiger erst? Ja, ja, wir ver... Bruder, warum geht die denn nicht rüber? Ich habe uns wahrscheinlich AFK, oder nicht? Ich kann nicht so, ich... Ja, wir müssen warten, hier... Geh auch mal rechts auf Observer. Geh mal rechts, kleb mal auf, äh, auf Spectator. Mecklenmore, bitte, verziehen Sie sich rüber. Mecklenmore, rüber, land! Gläulich! Mecklenmore ist, äh, Omed, glaub ich. So. Ja, dieser Rex, du, keine Ahnung, wer das ist, sieht aus dem Profi-Account. Rex ist auch krass. Rex ist der, der E-Sportler, glaub ich. Er ist der Po, er ist der Po, er ist der Po, er ist gut. Er ist, er ist, er ist ein guter Spieler. Ist doch, glaub ich, überlebt das Haus. Er ist smart, halt. Er ist smart, ja. Okay, also ich sag dir, wie ist das, Roat? Ich, ich, ich rede dir ja nicht rein, wenn du sagst, du willst unbedingt viel gespielt, mach das, aber du hast halt Cypher geübt und Cypher, sag ich, so geil, ist es so wichtig auf dieser Map. Mach noch ein bisschen Mocke an, ja. Ja, weil Felix ist auf der App auch echt, auf der Map echt, ich mach ready, Jungs. Nee, bin egal. Zweiter Fight, richtig, ersten haben wir gewonnen. Chef, ich spiel wie der Sova, ne? Von Breeze? Ja. Ich bin dafür, dass wir die Kombi spielen, die wir gewusst haben. Rex hat 6,6200 Stunden im Valorant verbracht, das ist geisteskrank. Ja. True. Ah, das ist sane. Cool Menüs. Okay, Jungs, let's go. Jungs, bist du da? Ich bin da. Okay, let's go. Wie gesagt, fürs Team, Roat, wäre Cypher wirklich das Bessere. Cypher haben wir doch geübt, Roat. Auf geht's, Jungs, komm. Denkst du, die spielen safe Cypher? Seid die dumm, Bruder, damit die nicht rübergehen und stream snipen und sagen, dass ich Phoenix oder so Dings. Ja, Roat. Ja. Jetzt könnt ihr es nicht mehr schreiben, gell, Roat? Ja, natürlich, weil die schon geloppt haben. Ja, Lock. Ich hab doch gewartet auf den letzten Lock. Stark. Hätte ich K.O. oder so genommen. Ja, dann haben wir keinen Smok. Die bekommen auch Angst vor mir. Okay, komm. Oh, warte, ja. Kein K.O. Und kein Sova. Die haben auch einen Cypher. Wir können ihre Traps kaputt machen. Ja, hört auf, den Shenzu-Kokain. Ich hab euch outsmarted und gefegt. Die werden dann versuchen, wahrscheinlich sehr viel über Mitte und über A zu spielen, weil sie werden halt auf B so gut wie nicht draufkommen. Ist das echt? Das Level 1000? Ja, ja, ja. Seid beta, seid beta. Jeden Tag. Krass, okay. Okay, Jungs, komm, let's go. Ich geh auf A. Dings, hol Shockdarts Drohne. Reveal. Nee, du kannst hier auf ne... Mach mal die Drohne raus. Drohne raus. Und kauf mal ne Ghost und gib mir die Ghost. Gib mir mal die Ghost. Na, ist guter Call. Und dann spielst du ne Classic. Ja, Bro. Ich hol dir einen zurück. Äh, ey, Chef? Hä? Sollte ich immer auf die letzten drei Sekunden warten, bis ich meine Roll ziehe? Die Wall immer. Immer. Ey, es sind zwei auf A. Was ist das? Ich dachte, ich mach Abends. Okay, ist doch okay. Passt doch. Okay. Ich hab hier meine Moves. Ich hab hier vor Ort von hier aus. Genau das, was ihr mir beigebracht habt. Genau das machen wir heute. Was wir heute geübt haben. Sound. Zwei A. Revealen. Gleich, wenn die rausgehen. Diele A. Revealen. Ich bin dabei, ich bin dabei. Hab sie gefunden. Mitte aufpassen. Rollen. Blenden. Die Blenden. Spike platziert. Gegner bei A. Ja, boah, ich hab auch einen geholt. Zwei Pyramide. Zwei Pyramide. Noch einen. Einer Steine. Ich smoke mit der. Ich hier los. Okay. Kommt. Oh, boah. Minus 20. Dieser Rux ist insane. Dieser Rux ist insane. Dieser Rux ist geisteskrank. Okay, Jungs. Wir müssen so spielen. Die anderen sind alle arsch. Die anderen sind alle arsch. Dieser Rux fickt halt wirklich geisteskrank. Einiges zu erledigen. Ja, war eine Schnippbombe vorhin. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Ich habe kurz hier hingeguckt und war das Ding schon gestorben ist. Dann. Mh. Achso. Meine Maus ist leer. Ey, Breitenberg nicht kaufen. Nein, nein, nein. Was? Mach das nicht. Mach das nicht, Youssef. Was? Das ist ein guter Platz. Breitenberg, alles verkaufen. Du kaufst nichts, Breitenberg. Achso. Das sollte passen. Jungs, wir dürfen den nicht so krass challengen, weil das so eine Peak-Map ist. Ja, es ist auch nur Pistol gewesen jetzt. Schönen wir mal. Breitenberg, Wall A wieder. Zu früh. Spiel zu früh. Wir können auf Tube durchgehen, ne? Sane, ich habe das nicht. Mhm. Da hast du was Gynies aufgetaucht? Ja, die Wall war zu früh. Habt recht. Breitenberg, check mal Tube sonst. In dem Orb. Sonst, die Kunden noch gar nicht Reveal. Da kommt irgendwas. Noch eine Wall, noch eine Wall. Die kommt zu euch. Wir haben einen Lo gemacht. Leicht in der Wall. In vier Sekunden Reveal. Was auch, spielt defensiv. Digga, die Wall. Einer läuft links. Wie hat er mich denn geholt? Amunakön, dieser Rex, ja. Ich habe eine Schmutzwaffe. Ruhe. Ich habe Rex geholt, komm. Zwei Main. Einer Stein gewesen, Rott. Das ist ja keine Waffe. Schade, auch so geht jetzt alles durch. Das war nur Pistol links. Okay, komm. Ich glaube, die werden vieler barfüllen. Ey, Sane, du musst da wirklich mit den Reveals von Ding... Ja, ja, ja. Du musst warten mit dem Reveal. Du musst warten, bis die kommen. Wenn die flashen, dann machst du das Ding. Du siehst das Rainer-Oge auf der Map. Ja, ja, ja. Du hast hier auch rauslaufen. Das kommt, ich dachte. Die sagt, micromanage ihn da und dann ist nicht viel Kills gewesen. Ja, das sollte passen. Ich sage, die Wechselung jetzt fort, passt auf, bitte. Bitte auf B aufpassen. Die machen irgendwas anderes jetzt. Die haben jetzt eben Runde gewonnen auf A und so. Die haben Mitte mit Cam gemacht. Ja, dann sind die auch Mitte. Chill einfach. Ja, Mitte viel, Mitte viel. Komm, jetzt kommt zu euch jetzt. Mehrere Gegner in der Mitte. Gegner in der Mitte. Ja, ich bin... Oh mein Gott. Ich habe gefehlt. Mein Wett. Schön, fix sie bitte. Digga, das ist keine Chance. Alles gut, alles gut. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Gegner bei A. Let's... Ich bin so wirklich gesavened, Jungs. Das ist keine Zukunft. Macht dein Ding, macht dein Ding, macht dein Ding. Jungs, was ist das Problem? Na, passt auf. Was das Problem ist, dass ich gegen 5 face ein Boss brauche. Die pushen mich zu 5. Das ist mir überhaupt nicht böse gemeint. Aber der Call ist ja early, dass die Mitte gehen. Ja. Ich habe ja early gesagt, ihr müsst ja nicht alle... Du müsst ja nicht allein da einen 5 reinfacen. Ich bin doch Backside gegangen. Die laufen doch aber auch einfach raus, Bro. Ich habe doch gesagt, das ist mein Fehler. Aber ich brauche doch Support. Du musst da dann... Du kannst da drohnen und so dann. Okay? Nächstes Mal, Breitenberg? Das musst du ihm sagen. Einfach zu recommend. Ja, Bro, ich habe doch veraimt. Ist doch verstanden. Ja, aber Drohnen ist schwer, Bro, wenn auf einmal 3, 4 Leute vor einem stehen. Da hat er auch recht. Die sind mit 5 Leute reingerasht. Da hast du keine Chance. Ja, Bro, aber... Alles gut, Jungs. Kommt. Du kannst von da, sieht dich keiner, ne? Du drohnst einfach raus und guckst einfach, wo die Leute sind. Bro, der links von mir war schon einer. Der war fast schon nur durchsprungen. Ruhe, Herr Ruhe, Jungs. Spart euch mal. Nicht, dass hier einer gleich steppt. Und wir in den Arsch gefickt werden. Meine Kamera wurde zerstört. Ich werde ihre Heilung ausschalten. My bitch. Nur so bleiben sie alle tot. Kannst du legen? Ich... Na, wir sollten die Runde halt nicht forsten, ne? Unbedingt. Also, Gott sollte einfach die Waffe spielen. So, dass ihr die nächste Runde kaufen könnt. Ich kann aber keinen Cage. Aber ich muss auf keinen Weg machen. Mach deine Wall, Abu Tanka. Und dann machst du bitte deinen Orb da unten rein. Okay. Sofort jetzt. Mach deine Wall schon. Oh, super. Was kommt hier hin? Ah, Viper Wall. Jetzt, Brian, back. Ja, kommt hier. Ich bin 1 AP. Kommt sofort, kommt sofort. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Ich bin 1 AP. Ja, ja. Fieg nicht, fieg nicht. Schön. Nein, hinter mir. Kannst du mich heilen? Ist auch. Hinter die Sheriff. Er hat Hilt. Reapers Hit minus 100. Er heilt sich da im Molo. Close links, body on main. Jungs, wir schaffen, dass es, ja, 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 ja. Äh, ein anderer muss nicht, Mitte oder so, B oder sonstiges, keine Ahnung, aber wir, wir packen das nicht so. Wir haben auch auf Retake spielen, Jungs, ne? Nee. Ja, gut, ja, schwer. Ich weiß ja nicht, wie die halt immer so early so einen Track hier bekommen. Ich hab doch First Track gemacht. Nee. Was ist denn Frick überhaupt? Okay, Bro. Das hier wieder. Wenn ich das hier sage, dann arrowst du das. Arrow, arrow, arrow. Bist da. Die warten einfach, glaube ich. Ja, die Wall ist zu hoch, Bro. Die haben noch keine Wall rund. Du kannst nicht runter, Mann, Bro. Ja. Roll, pass mal auf, die könnten schieben vom Timing her. Ja, ja, ja. Du musst mit da haben, Bro. Ich hab mit Holz grad geguckt. Ich hab auch, ich hab auch. Klappe zu. Eine ultet rein. Durch. Komm mal, Bro, der heck geht mit ult rein. Ich hätte Dings gesorgt. Knapp gewalt. Ja, die haben Ult. Ja, die haben Ult. Das muss ich machen. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ina weak. 80 auf Wurz. Sehr stark, auf Wurz. Links von dir, Bro. 80. Ah, ja. Okay, wir spielen das jetzt so, wir spielen das jetzt so. Ihr geht drei, ihr geht vier zu A. Ihr geht vier zu A. Und B können wir viel besser retaken. Kannst du mir kaufen? Chef, kaufe mir mal. Ich hab ja meine Cam. Ich halte mit meiner Cam diesen Angle hier. Diesen Angle. Dann weiß ich, ob die von da irgendwie durchgehen zu B oder so. Ich seh das ja. Okay? Ich halte alleine B. Okay. Die werden sowieso nicht wieder B kommen. Wir haben erst Runde B, haben die verloren. Ich glaub, auch die kommen A. Wir werden wieder A gehen, ja. Fan, du musst jetzt einfach wegen der Sander. Das ist ein guter Platz. Ich seh das. Ich seh genau hier durch, wenn die durchkommen. Eine muss einfach nur die Tür hier halten. Viper Wall, Ruhe. Viper Wall. Viel zu früh. Warum reviewst du einfach so, Bro? Durch die Wall. Okay, weiß nicht. Können On-Side sein, theoretisch. Die haben hier getrapped hinter mir. Die sind, das wird aber A. Das wird aber A, Jungs. Gegner bei A gesichtet. Nicht peaken, Ambo. Chilt, Jungs. Chilt, chill. Kommen die raus? Ja. Sind On-Side jetzt. Ich bin blind. Links einer. Reapers hat mich low gemacht. Ich bin einer B. Da ist Reapers. Reapers ist der Weg. Hab ihn. Noch eine On-Side gewesen. Reapers ist On-Side. Ich hab hier. Ich hab einen. Nix da. Schön, let's go. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Genau so spielen wir das weiter. Genau so spielen wir das weiter. Wir mussten gerade einfach nur schauen, wie die spielen. Und jetzt klatschen wir die. Genau, 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 genau. Reitenberg, warte auf mein Call mit dem Reveal. Halt den und warte. Sehr stark, Chef. Und Abu. Abutanga. Ich werd, die werden weiter A gehen. Ich hab jetzt den Flank halten. Ich hab jetzt dreimal geflankt, die werden die noch mal spielen. Ich hab jetzt dreimal geflankt. Machst du Mittel, Bro? Das kommt nicht hier. Ey, du musst ja da ein bisschen Tube aufpassen, ich werd da ein paar Mal durchgeflankt, ne? Aber die werden das wahrscheinlich jetzt auf dem Schirm haben. Mhm. Du hörst es ja, wenn der in den Tube geht, ne? Du hörst ja, wenn der laut ist, ja. Ich hör A. Ich hab A-Steps gehört. Boah, vielleicht machen die auch Split diesmal oder die machen B oder so. A, Viper Wall. Jetzt am Pfeil. Okay. Pfeil ist da. Mitte unten, die machen Mitte-Split. Gegner in der Mitte. Ja, Mitte. Gegner in der Mitte. Die wissen, dass ich Mitte bin. What? Das ist Mitte unten, pass auf. Keiner hat Tube, ne? Wir machen A-Split. Ja, das ist Mitte unten, Jungs. Pass mal auf. Soll ich Drohnen machen? Reige mich, du Armein. Das wird A. Das wird A. Eine Armein. Einer ist... Ah, ne. 5 Sekunden. Halt raus, 4 Sekunden. Ich werbe. Ich werde mich einfach weg. Ich liege on-site, wir sind Twitter. Oh. Hab sie. Tags, low. Du hast dich töten. Einmal zum Stil. Geh um die Ex-Pretion. Tags, weg, Gerot. Einabhängig. Nice. Let's go. Let's go. Schön. Schöner Frack und schöner Arrow, Bro. Ich hab's gesehen, Bro. Ich hab's gesehen, weil er nach unten geguckt hat. Du hast Buckel geschossen. Du hast Buckel geschossen, weil er nach unten geschossen hat. Die spielen immer, die spielen eigentlich immer A und Mitte an, die gegen uns, weil sie da immer drauf bekommen sind. Ja, ja. Mach'n Cliff. Und sag mir, dass ich auf dem Kopf war. Ich weiß nicht. Und merkt euch, Roast und Omad laufen niemals alleine getrennt. Die sind immer in Zweier-Kombi. Mach' mir schon, mach' mir schon. Ich treff' grad noch nicht, aber ich komm' rein gleich. Endlich ist wieder Call, ne? Alles gut, Sane. Das war wie vorhin bei mir. Oh nein. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. VB, einer down. Okay, ich schiebe. Ihr bleibt noch. Ihr bleibt noch. Wir sind noch Zeit drauf. Okay, schiebt auch. Schiebt auch. Ja. Schön, Chef. Schön, Roast. Spike down. Boah, bei dir close vielleicht. Markiert. Ein Underwall. Ein Gegner übrig. Oh, Digger, Chef, du Beat. Nein. Die kommen mir so nicht durch, Digger. Die kommen mir hier nicht durch. So, es ist du wie NRW. Ja, und die werden nicht wieder B kommen, weil sie wissen, die werden gefickt von mir. Eier gelegt. Hamid, lieber MMA-Training machen. Ja. Lieber MMA-Training. Mach Anzeige, Hamid. Mit, um. Ah, ich hasse die Ghost, Mann. Schade, Bro. Starke Runde, von der du spielst einen auch gerade, Bro. Das ist ein guter Platz. Ich versuch halt hier auf M-Duelle hier zu gehen, ne? Also ich versuch halt einfach Leute rauszunehmen. Das ist unser Zuhause. Die werden jetzt wieder A kommen, weil's nicht geklappt hat, sag ich. Jungs, wenn wir die Runde gewinnen, haben die Dach kein Geld mehr. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Fokus. Die werden wieder B gehen. Ja, wir gehen zurück, Bro. Alles gut. Bleib, 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 bleib. Einer down. Sehr schön. Die haben keine Wand mehr, die müssen, die haben keine Wand mehr. Die werden da risen. Nicht pushen. Ich bin 70, ich bin ein Bastard. Äh, äh, A, A, A. Sound. Ich hab einen geholt. Sehr schön. Dings, äh, Drone, Drone, Drone. Ich hab zwei geholt. Sehr schön. Stark, Breitie. Ich mach Ulti rein. Nein, das hat dir keiner gesagt, Feindenberg. Ist okay, ist okay. Ist egal, alles gut. Hälst sie zurück. Scheiß drauf, breiten die beiden Harts. Reveal da rein, Reveal da rein. Ab. Schön. Letzter ist der 1,8er. Das ist der Abtier, Digger. Sehr schön. Auf geht's. Er hat die beiden durch die Smoke gewonnt. Ne, es ist so geisteswirkend. Bro, was ich auch schon bekommen hab. Ich mach den ersten Main. Ne? Er läuft vorwärts aus der Main raus. Gibt mir First Bullet Full Running an der Pyramide. Ich sollte Phoenix und Raks nicht auf Flammenrake. Okay, einer bei denen kann ich kaufen. Ah doch, alle können auch kaufen. Ja, ich glaube, sie können auch kaufen. Die Runde wird jetzt auch sehr, sehr wichtig. Schatz. Habe ich zwei Leute in Ruhr und Fett durchwand? Oh, ja. Ich finde, sie werden uns spielen. Ey, Rohr, wenn du hier was hörst, sag mal direkt, ich slow dir das, okay? Jo. Ah, das ist ein guter Platz. Einfach wo? Einfach wo? Ich hab da. Ich hab A, wie da was gehört? Ich glaub, oben, ich glaub, oben. Ich hab irgendwas oben gehört. Seil genutzt, Seil genutzt, Seil genutzt. Wenn die Tube geht, kannst du, kann ich schon die Tube checken? Wenn du das gehört hast. Ich hab irgendwas gehört. Nein, nein, ich hab einfach nur Schritte gehört. Abst du Tube, äh, Sand? Ja. Die wollen mich ab, die machen Tür auf. Achtung, die kommen da raus. Nice. Schöner Pfeil. Noch vieles Tube. Oh. Oh mein Gott. Nein, die sind alle da, sind wir bei uns. Gut. Alles gut, das ist los, Mondi. Zwei durch die Mitte rein, A. Spike, 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 Spike. Schöner Pfeil, es geht nicht auf den Kehl, auf irgendeine KD oder sonstiges. Ich hab die, nicht pushen. Nur Sane-Hater. Ich kann das auch wollen. Komm her, komm her, Abutanka, hol dir die Wendel. Komm her. Egal. Ich hab Wendel, ich hab Wendel. Kein, Bruder. Die ist hinten, die ist hinten. Die ist hinten, ich hab sie an, äh, die ist One-Shot. Äh? Die ist One-Shot, die geht safe, äh, die geht safen. Ja, sehr stark. Oh mein sie kack. Abu, du fischst die, Alter, gerade. Du bist ein Biest, Bro. Oh. Schön, dass die Schotter hat da rein. Ey, Breitenberg, das war smart gemacht von dir. Schön mitgedacht. Digga, dass du das hörst. Mit dem Seil, ich hab das gar nicht realisiert. Verkaufen, frag an. Verkaufen, frag an. Obwohl, wir haben eh genug. Nein, alles gut. Alles gut. Alles gut. Starker Call. Kauf wieder, Breitenberg. Kauf wieder. Alles gut. Breitenberg, Kauf wieder. Abu, das war stark, Mann. Mann, Mann, Mann. Scheiß drauf. Stark. Ey, zwei können bei denen nicht kaufen. Drei. Ja, wobei, Rack kann legen, Rack kann aber nur zwei legen. Ich hab wieder irgendwas gehört. Mitte, unten, frei. Frau A. Ich glaub A kommt was. A, A, A. Arrow. Ich will wie. Das wird ziemlich sicher A. Oh, die sind alle unten. Ich hab einen. Sehr stark, Abu, teiner. Der war schlecht. Raus, der Frau. Nein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr stark. Guter Trade. Kannst du ihn resenken? Ist er noch Corner? Ohrlinks von mir. Envy kurz, du klausst ihn mir. Halt ihn einfach. Naus. Sehr stark, danke. Sehr stark, Jungs, Alter. Sie schaffen es nicht. Geil. Sie schaffen es nicht. Boah. Bei Verträge mit Nvidia. Sollen die kommen. Komm. Ja, schau mal. Zweimal Schockfile in die Masse gemacht. Bringt das überhaupt was? Ey, du machst auch die Darts so gut, Breitenberg. Du hast es endlich mal verstanden mit deinem Tag. So, aber jetzt weißt du, Breitenberg, muss ich gar nicht mehr richtig sagen, oder? Ich sag's immer noch, aber... Der ist die ganze Zeit am Chatten gewesen und ist 1,11. Naja. Aber mach den Schockfile nicht Schaden? Doch, mach den, du musst aber treffen. Ah, das ist dein guter Platz. B. Dann schieb ich, wenn du's callst. Also ist nur, ist nur, ist nur Cypher, der die geprapt hat. Okay, die kommen A, die haben von drüber geworben. Ja, ist noch nicht sicher. Vielleicht nur Fake. Alles gut. Macht langsam. F-Arrow. Kommt. Guter Arrow rein. Okay, die haben geschossen. Nur Rayna da. Vielleicht billiger Fake, Bro. Ja, 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 ja. Stolperdraht käftig ausgelöst. Auf B, ne? Fenix. Ja, ja. Ja, wo Reepads ist, gehen die hin. Ich schiebe, ja? Ihr bleibt noch hier. Ich bleib noch. Vorsichtig. Holpertraht. Onside, Roart, einer. Ich komm, ich komm rüber. Komm rüber, komm rüber, beiden weg. Du bist, du bist, du bist. Äh, los, los. Yes, Junge. Easy, Digga. Roart. Es gibt keine Runde mehr, wie vorher. Digga, von 0 zu 4, 8 zu 4. Das ist geil. Die sind im Bruch. Sehr stark. Alles gut, alles gut. Es kann alles passieren. Hab Fokus. Ähm. Wir spielen, wir spielen das, was ich euch gesagt hab, Leute. Mit den Shockguards. Hol alles. Jetzt bin ich gespannt. Das muss jetzt klappen, Breitenberg. Full Shockguards, full Drohne. Wir gehen B. Das, wie wir es geübt haben, Jungs. Okay, ich mach das. Ja, aber er hat mich instant geswingt. Rose, G.R.P. Wollt ihr echt B? Ja, wir machen das, was wir gesagt haben. Okay. Okay, okay. Hier in Schöpfen, Rohat. Bist du meine Wall gerade? Ja, gerade. Gerade hier durch. Alles klar. Gerade hier durch. Alles klar. Mach die nicht sofort. Mach die nicht sofort. Warte kurz. Ja. Aber lass mir Zeit. Mach bitte keinen Druck. Mit dem Shockguards, ne? Ja, ja. Nicht steppen. Ja, ist egal. Sagt mir, wenn ich Wall setzen soll? Hätt ich gewollt. Warte, ich mach Drohne. Wall hoch. Pass auf, da muss ich hier rechts, glaube ich, los sein. Links, 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 links. Hier, 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 hier. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, links. Stachen, gestacken. Einer Backside. Slow. Nah hin, one shot. Sehr stark. Einer rechts, close. Schön. Du hast gesehen. Links von dir. Links von dir, Rohr. Der kippt sich ausgelöst. Der ist hilf. One, one. Links Phoenix. Links Phoenix. Von dir. Nein! 120! Hä? 120! Habt ihr Glück gehabt. Hä? Bruder, aber wie hat der 120? Warum denn die B-Stacken? Wie kann man denn Half-Sheet kaufen, Dick, als Phoenix? Anlage des Praxis. Was soll ich kaufen? Ja, nichts. Wir machen den Eco. Wollt ihr A jetzt? Ja, lass, 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 guck, dass ihr auf, äh, auf, auf Pick spielen. Wir müssen nur gucken, dass ihr Kills bekommen. Okay. Einfach langsam spielen. Okay. Ich guck, dass ich irgendwo einen Kill bekomme oder so. Versuche, den Rohn zu pingen. Guck mal. Ich war lucky, weil die Stack hatten. Auf geht's. Rax ist wieder B. Hier steps. Jo, was? Der fliegt Mitte? Rax ist wieder B, dann sollten wir A spielen, Tobias. Ich kann, wir können hier durch, ne? Ich kann Dings machen. Cage. Wenn wir alle durchrennen. Mach einfach mal ein bisschen Druck. Guck mal, wo Sane spielt. Sane, wenn du deinen Kill beholst, dann ist der Geist entlang. Einer hat CTB geschoben. Ich brauche ihn hier. Du bist weg. Rax, einer P. Er heilt sich. Egal, krass Reaktion von ihm. Okay, ey, wir müssen auf A spielen. Mach gleich die Wall hoch, Bro. Da ist einer. Auf A hinten. Da sind zwei drauf, ne? Boah. Schieb jetzt, Bro. Lauf weg, lauf weg, lauf A. Woll ich A laufen? Ja. Einer ist auf der Treppen drauf. Scheiße. Gute Frags, alles gut, ruhig. Okay, hier nichts. Oben ist einer, Rort. Check mich hier, check mich hier. Guter Reveal. Schade. Gute Echo, gute Echo, gute Echo. Unlucky, wenn ich Rax kriege, ich gebe ihm Headshot, er gibt mir halt auch Headshot. Ich hatte keinen Kevlar, weißt du? Ja, ist gut, wir haben Waffen. Die haben zweimal Pistol Rounds gewonnen. Die haben insgesamt zwei normale Rounds gewonnen. Auf geht's, Junge, komm. Come on. Jetzt alles kaufen, ne? Ja. Jetzt unkaufen, ja. Bro, das habe ich nicht. Okay. Wollt ihr A oder was wollt ihr? Ey, können wir diesen Reveal spielen, den ich dir beigebracht habe? Du gehst hier hin, du bielst hier hin mit einer Aufladung und... Steff, nimmst du bitte Bombe? Ja, ja. Komm, komm hier. Äh, Breidenmeer, komm an hier in die Ecke. Oder doch, was willst du denn? In die Ecke? In die Ecke rein, in die Ecke da rein. Ja, ich kann das machen. Ich kann das machen. Eins. Direkt dash, wir nehmen den Smoke rein. Okay. Machen nicht den Mittelschritt. Käfig ausgelöst. Er ist rechts. Mit rumziehen. Oh, fuck. Schau, mit euch. Hat er ein Damage gemacht, Bro? Ne. Das hat mich einfach gespreadt. Verblind. Ey, hier oben ist einer bei mir. Einer helfen. Links mit dem Board. Pass auf. Geh nach vor dir. Dieser braunen Teil. Geht, geht's nach... Links oben durch. Das Abo mal machen, ganz kurz. Einer ist auf jeden Fall hier oben. Ja, dann geh um die Ecke. Komm, B, komm, B. Noch einer, noch einer. Beide da. Alle drei. Der letzte auch noch da. Nein. Komm, B, komm, B, komm, B. 80 Damage. Geh, geh, geh. Beide hinter euch. Die haben jetzt Waffen, ne? Ja. Das Line abspielen. Hast du richtig gelegt. Muss ich eine Woche runter machen. Na, das passt. So. Du musst dann... Mach Zeit, Roar. Zeit. Woher gehst du weg? Okay, Roar, du musst dich ein bisschen verstecken. Mach für Line-Up, ready. Ja. Peek einfach nicht, Roar. Peek einfach nicht. Geh einfach weg sein. Du musst dich peken. Das Rose. Das ist gut. Ich will dich unterschätzen. Peek, Peek, Peek. Peek, Peek. Peek, Peek, Peek. Peek, Peek. Peek trotzdem, wir können Hälfte haben. Schön. Hört toll, Alter. Du hast aber Bubble nicht mehr hochgemacht, ne? Du musst auch deine Bubble eigentlich hochmachen, aber es passt. Bro, die sitzen einfach in den Corners und flashen mich dann, wenn ich da alleine vorgehe. Ja, aber trotzdem, du hast halt einfach den Spektrum verloren, ne? Ne, ich hab nicht geaimt, ich hab gesprayt, Bro, weil ich komplett blind war. Soll ich B oder A? Ich hätte aufs Auge schießen müssen. Jungs, was wollt ihr, was wollen? Willst du mir legen? Ich kann auch legen. Ich kann auch legen. Drohne, ich kann auch legen. Ja, dann leg du. Ich mach jetzt vorne Drohne. Das Game nicht gut von mir gerade. Boah, du spielst einen auf, Alter. Du musst einfach nur gewinnen, dicker. Scheiß drauf. Du musst da vorne close gehen und drone, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Set statt. Ich mach Wall hoch. Wall hoch. Nice. Einer ist mit der Double-Doss. Einer kommt über die Mitte. Einer kommt über die Mitte. Einer muss blenden. Arrow, Arrow. Käfig ausgelöst. Du musst blenden. Du musst blenden, Breiten-Mack. Du musst planten, planten. Ich planten. Käfig ausgelöst. Oh. Einer auf, Bro. Erfickt mich aus. Ich hab getroled, ich hab getroled. In dem Slow-Up. 2 Connector. Beide sind bei euch. Genau. Passt du. Rechts von dir, rechts von dir. Komm bei dir, komm bei dir, weiter. Bro, ich hab dir das so gecallt. Kleiner, kleiner. Er kommt von links. Ruhe. Aber das ist alles gut, das war Breitenberg sein, das ist nicht schlimm. Du, er hat gesagt recht, er kommt von links. Was hast du gesagt? Meine Runde, ich treff gar nicht. Und Breitenberg, wenn du plantest, plant einfach bitte immer hier. Da, wo ich dir markiert hab. Soll ich wieder Drohne benutzen? Was machen wir, was machen wir? Das gleiche, das gleiche, das gleiche. Hinten Treppen. Pass auf, Phoenix hat Ult. Cypher ist hier. Ich höre was, die Mauer, zwei, drei Leute. Wollen wir schieben? Wollen wir schieben? Ja, chill chill, lass uns die deren Sachen, sie usen. Nein, warum Ultest du, Mann? Egal, egal, alles gut. Scheiß drauf, alles gut. Komm mal mit mir mit. Wir gehen rum, oder? Mitte, Mitte, Mitte ist viel. Jungs, Mitte ist viel. Komm mit. Pass auf, die können uns ja abheben schon, Jungs. Die können gepusht sein. Ich kann vivieren, nicht vergessen. Bitte, ich mach Ruhe. Gegner in der Mitte. Einer ist Mitte unten. Mitte bei mir hier. Wort kommt mit mir mit. Gegner in der Mitte. Okay. Mach wieder deinen Schockpfeil dahin, mach wieder deinen Schockpfeil. Genau hier in die Ecke. Nein, hab ich nicht. Hast du nicht mehr? Oh mein Gott, das war's. Okay, du musst vorgehen. Danke.